Wir sind heute wieder auf dem Napoleon Schlachtfeld. Wir schauen heute mal was wir finden. Unser Sponsor ist auch mit vertreten, wie man sieht. Der hat uns die schönen Caps gestellt. Vielen Dank dafür. Jetzt ist es doch ein Schlachtfeld, wo viel gekämpft wurde, wo wir auch noch mal ausdrücklich, muss man dazu sagen, die Erlaubnis, die Genehmigung haben. Das freut mich wahnsinnig, dass wir es gekriegt haben. Und heute gehen wir mal da ab und dann schauen wir, was wir finden. Habt gut gefunden. Bis bald. Also Servus Leute. Wir haben uns jetzt drei Mal versucht, das Video zu starten. Jetzt läuft es. Ich muss noch dazu sagen, wir haben unseren Pin-Pointer daheim vergessen. Das heißt, es wird heute eine lustige Suche. Wir haben als erstes Signal schon gehabt, irgendwo da war es. Ich muss jetzt mal schauen und dann kriegen wir mal. Was ist das? Schau aus wie eine Kanonkugel. Aber das ist eine Hälfte. Kann das schon sein, dass es, ja, das wird dann irgendeine Form von Granaten oder irgendwie sowas. Mega geil! Jetzt gehst du nicht raus! Ganz ruhig, ganz ruhig! Zwei! Findet mal in einem Loch zwei Kanonkugeln! Sag mir näher, sag mir näher! Ist das geil! Oh! War auch noch der erste Fund heute! Das gibt es doch nicht. Wenn das so weiter geht, aber glaube ich fast nicht. Aber ist geil! Schaut mal an! Das ist komplett noch, oder? Das ist ganz. Das ist aber richtig schwer. Ich habe mal eine gefunden in einem anderen Video. Aber die war genau, die ist gleich schwer. Das ist dasselbe! Mega geil! Jetzt habe ich schon zwei von denen. Sag mal den zweiten Fund her. Das ist so eine Hälfte. So. Weiß ich nicht, was das ist. Da ist kein Dauernisser. Da ist oben so eine Lasche. Ist das scharf gerade? Okay. Ähm. Da ist so eine Lasche oben. Und da ist verbogen. Da schau. Da ist verbohlt. Da geht das so nach innen. Das ist wahrscheinlich... Das ist die eine Hälfte, oder? Ja, du hast die ganze Lippen drin. Geht jetzt nicht raus. Muss ich es auch noch machen. Wahnsinn! Aber geil! Jessko hat einen zweiten Punkt gemacht. Servus, grüßt euch! Jetzt schauen wir mal hin. Schaut eigentlich recht gut aus. Da ist er. Du hast ihn schon erwischt. Schauen wir mal. Ist drin, ja. Ja. Jawohl. Schon gefunden. Was hast du? Schau mal. Siehst du das Schöne da? Nein! Was ist das? Was ist das? Ist das was gut? Ich hoffe. Abzillaschen, oder? Ist das echte Münzen? Nein! Nein! Ist jetzt nicht der Ernste, oder? Nein, diese Silbermünzen. Okay! Was ist denn das für Akku? Sieht man das? Warte, warte, halten wir hin. Ich muss mal drehen. Also man sieht auf jeden Fall einen schönen Adler. Ja, jetzt sieht man den Adler im Video auch. Was ist denn das? 10 Reispfennig wahrscheinlich, oder 10 Pfennig. Okay. Schau mal, vielleicht ist der irgendwo noch... Alter, nice! Von 9 zu 100! 9 zu 100! Leg mich doch am Arsch! Warte! Leg mich doch am Arsch! Alter, ist das nice! Hast du's gut gemacht! Jawohl! So kann's weitergehen, oder? Geil! Check! Nächster Fund? Nächster Fund! Der Sandellucke wird sich extrem gefreien. Es ist einer seiner Lieblingsfunde. Schaut's mal näher. Jetzt zeig ich jetzt, wie ich gespannt. Hört ihr? Schauen wir mal, ob wir das Loch reingezogen können. Ist auf jeden Fall voll schön. Was erkennst du denn? Nein! Das ist jetzt nicht der Ernst. Okay, muss ich aus über sparten. Geht nicht anders. Also, es schaut aus. Wahrscheinlich ist es nur irgendeine fette Dose, und jetzt gefreut er sich. Jetzt wach mein Fund nicht nieder. Nein, ist bestimmt keine fette Dose. Vielleicht ist es eine andere Sache. Nein! Alles andere, außer so fette Dosen! Alter, geil! Komm, wir machen, das gibt's auch nicht. Ist das nicht geil? Alter! Am Anfang die zwei und jetzt die da. Ist ja mega geil! Das ist dieselbe, oder? Das ist die allerselbe, glaube ich. Alter! Die legen wir jetzt dann gleich über deine. Sonst meinen, dass die Zuschauer sind, ist die gleiche. Nicht, dass wir da bescheißen. Also geil, oder? Oh mein. Zup! Jetzt läuft's. Jetzt kommt der Beweis, dass wir doch... Doch! 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 Aber ich glaube unsere Zuschauer glauben uns das auch so. Ist das mal geil! Ist das geil, oder? Warte, warte! Der Winkel! Jetzt! So! So! Ja, und nice! Einer! Drei Kalonkugeln! So kurz weiter gehen Leute! Auf gut fund! Bis bald! Wir sind jetzt fertig mit dem Sonnen, wir haben bei Tageslicht angefangen und hören jetzt bei Dunkelheit auf. Ich habe mir gedacht, bzw. Francesco und ich haben uns gedacht, wir machen ein kurzes Video. Es ist zwar dunkel, aber wir haben in den Kommentaren gelesen, dass manche meinen, aufgrund dessen, dass wir in der Dunkelheit manchmal gehen, dass wir keine Genehmigung haben. Also wie wir bei jedem Video sagen, wir haben immer die Genehmigung des Grundstücksbesitzers und des Pächters, wenn wir auf dem Feld zum Beispiel unterwegs sind, weil das ist einfach in Bayern erforderlich und ohne Genehmigung zu gehen. Ich finde persönlich, das macht man einfach nicht. Und ich finde es schade, dass es solche Kommentare natürlich gibt. Natürlich, dessen Meinung muss man respektieren, aber ich wollte euch nochmal sagen, dass wir das nicht so machen, weil wir es einfach selbst nicht so mögen. Genau. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Im Anschluss seht ihr jetzt natürlich noch eine kurze Grundzusammenfassung. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns natürlich gerne abonnieren und liken. Würden wir uns sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Tag, beziehungsweise wenn ihr es am Abend anschaut, einen schönen Abend. Und auf bald. Euer Sonnenlücke. Ciao, ciao.